Hey Leute, willkommen zurück zu Unimusha 2. Schön, dass ihr dabei seid. Danke fürs Einschalten und danke fürs Liken und Kommentieren des letzten Videos schon. Wir sind mit Samanuska unterwegs in Paris mal wieder und wir suchen jetzt... Aha, nach den bösen Schergen, die uns noch irgendwo hier durch die Finger gegangen sind. So, was sind wir denn jetzt gerade? Da. Ich weiß nicht, soll ich nochmal zu Jacques gehen? Wir können zu Jacques umschalten wahrscheinlich. Auf diesem Mechanismus ist ein Sonnenwappen. Ja, ich fahre mich noch, was Jacques jetzt gerade hier ausrichten kann in der Vergangenheit. Vielleicht... Oh, hi. So, da, da. Hey, hey, hey. Boah, 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 boah. Die Drecksäcke. Danke. Danke. So, dumm ein Ninja. Was wollt ihr denn von mir? Verschlossen. Da ist ein recht großes Schlüsselloch. Habe ich denn irgendwas? Ich habe gerade was gehört. Na, komm. Fort, fort, fort. Ich bin ja gar nichts, Abdo. Boah, boah, boah. Ja, wir luschen. Boah, dann muss ich wohl wieder zu Jacques wechseln, hm? Wie ist es übrigens, dass hier so eine Angriffsanimation haben beim Aufstehen? Ihr meinte wohl, ihr werdet cool, ja? Da kommen wir gehen mal rüber zu Jacques. Ich glaube, ich will ihm nichts geben, aber wir wollten mal... Mal sehen, was ihm so widerfährt jetzt hier in der Vergangenheit. Aber ich nehme ich auch schon eine ganze Weile lang nicht mehr. Ich finde ja, Jacques hätte mehr Screentime verdient, aber der Zug kommt jetzt wohl erst an. Nach fünf Stunden gefühlt. Wo bin ich? Jacques! Akko, das ist Mont Saint-Michel. Ich bin ja nicht mehr so, habe ich es zurückgekommen? Leider nicht. Das ist Mont Saint-Michel, aber 500 Jahre im Flügel. Hm, ich glaube, ich würde nicht so gut sein. Nicht befallen, Jacques. 500 Jahre nachher, wir und Michel sind hier mit Ihnen. Sie müssen nicht überraschern. Ich verstehe. Ich glaube, ich glaube, ich muss was eine kleine Frau sagen. Boah, was war das eben für die Lady da oben? Hammer! Wollen wir ein bisschen Eis schmecken, ha? Oh, oh! Nein, nein, nein! Ich geh ein bisschen auf Abstand, da ich was sehe, weil ich seh grad irgendwie nichts. Da ist denn! Da ist der Brücherkur! Was denkst du dir eigentlich, Kerl? Ich bin auf der Seite von dieser komischen Ekelfrau da oben. Ah, siehste mal! Magie ist so imbar, ha? Bist du widerlich? Widerlich und sexy! Haha! Was? Was ist das denn für ne Sukobus? Da hat er nichts sagelassen? Schade! Was ist das hier? Ah, wieder sowas zu werfen! Oh, guck mal hier! Hey! Alles schön herkommen! Danke! Mal mehr von euch Viechern, ha? Oh, dankeschön noch ein Ökogeist! Ich brauch aber gar keinen mehr! Und weg! Lass mich raten, da komm ich grad nicht rein! Was ist das denn hier mit den Farben los? Hier war das dort drin, aber es ist verschlossen! Oh, sieh mal! He, he, he! Ah, ich hab da getroffen! Hops! Na gut, dann halt nicht! Was ist denn hier los mit der Grafik gerade? In letzter Zeit spinnt das Spiel so ein bisschen! Hab da mitgekriegt, ne? Wir brauchen nochmal ganz schön lang, bis sie unten sind! Ich glaub, sie haben grad keinen Bock, ha? Kann halt nicht! Oh, jetzt aber! Na komm! Ach man, jetzt kommen sie wieder, ha? Ich geh mal rein, ist mir zu doof, bis die da alle hergeflattert kommen! Oha! Und eine Karte! Monsa Michel! Was ist denn hier los? Das sieht so seltsam aus! Hey, mein Freund, wie geht's dir? Wer seid ihr? Ich hab euch hier noch nie gesehen! Das ist die Hölle! Wir arbeiten, bis wir sterben! Die Hexe Vegadonna ist von allem die schlimmste! Vegadonna! Ich möchte fortlaufen, wir werden genau überwacht! Ich möchte einfach nur frei sein! Ja! Wer möchte das nicht! Aha! Macht's auch nicht kaputt, ne? Das bestimmt die andere Seite war... Ja genau! Das sieht alles so seltsam aus hier Leute! Ich weiß leider nicht, was das ist! Aber ich hoffe, es wird sich vielleicht wieder geben! Das Spiel ist so ein bisschen buggy auf einmal! Oh, der Typ ist weg! Sehr schön! Dann sind wir wieder voll! Ich glaub, da kommen wir nicht ran, hm? Ne, ich glaub nicht! Oh, wir können die Fackeln anzünden! Und das wird immer langsamer, je mehr Fackeln an sind! Sehr gut! Cool! Oh! Oh! Ich sehe! I see! Aber gutes Rätsel soweit! Na toll! Also die vorne bleiben! Komm jetzt an! Komischerweise! Jetzt können wir durch! Haha! Ein Hauptschlüssel! Oh! Das war jetzt ein bisschen blöde! Das war auch ein bisschen blöde! Haha! Wie soll ich das richtig abschätzen? Das ist viel zu schnell! Oh! Alles klar! Ich glaub wir haben es endgültig außer Kraft gesetzt! Voll schönes Rätsel! Wirklich! Das hat Spaß gemacht! Also! Es war auf jeden Fall sehr, sehr gut raus! Ne? Es war ausgedacht! Aber man muss das wohl die ganze... Also man muss das sowieso machen! Bissin schade! Ich hätte mir gewünscht, dass es optional wäre und man was schönes verkriecht! Hopp! Hallo! Ich brauche es! Ich muss sich einfach auflösen! Na komm! Das ist doch nicht! Wie doof! Na wo kommen die jetzt her? Was ist denn hier mit dem Spiel los? Die sind auf einmal ganz weit ab vom Schuss hier! Ein Hebel! Ja bitte! Zieh mal dran! Und es fehlt ein Rad! Ich glaube ein Rad für dich! Ja. Habe ich ja sogar auf. Was haben wir denn hier? Was ist denn das schon wieder? Aha. Ich muss also das Rad richtig einstellen, offensichtlich. Äh, der Beste fehlt ein Auge. Alles klar. Wir können jetzt wahrscheinlich unten aber aufschließen. Oha. Oha. Hey. Hey. Hey, gut jetzt. BAM! Hey, du Schwein! Einmal sterben, bitte. Das ist aber noch nicht tot. So ein Arsch! Was der mir jetzt abgezogen hat, aber ich gleich mal die weiße... Oh ne, die weiße Arco raus bemühen. Und du wirst mir erst mal ein bisschen Leben geben, danke. Mir gefällt das gerade nicht von dem Filter, der hier drüber liegt. Das sieht echt ein bisschen schäbig aus. Was ist das eigentlich für ein... Ist das ein ganz normaler Seelenspiegel, wo ich speichern kann? Der sieht etwas seltsam aus, finde ich, ja. Der sieht ein bisschen ungewöhnlich aus. Arco, schnell, heile, heile Seelchen. Heile, heile Seelchen. Ja, ich bin echt schon gespannt, was hier noch auf uns wartet. In Saint-Mont-Michel. Heiliger Berg Michele. So. Ein bisschen noch. Komm, ein bisschen geht noch, Leute. So viel Zeit muss jetzt sein. Ich finde nicht einfach... Ich meine, ich habe genug Heilung, schätze ich zumindest mit Jack. Aber muss ja nicht umsonst unnötig alles raushauen. Trotzdem, es gefällt mir gerade nicht, wie es hier aussieht. Ich könnte mal ganz kurz... Ne, mache ich später. Ich versuche mal, was umzustellen, meinte ich. Da wird es wahrscheinlich wieder diese Soundbugs geben, weil es ist immer ein bisschen blöde hier. So. Das sieht doch gut aus. Ich meine, wir werden natürlich immer mehr Lebensenergie bekommen. Das ist ein bisschen problematisch. Alles klar. Was haben wir denn hier? Einen Schutzspiegel. Aufwerten natürlich. Kann ich noch was trainieren? So ein bisschen. Oder erstmal den Kampfmantel. Ne, komm, wir machen erstmal Enya. Oh. Gib, gib, gib. Also bei Samanowska habe ich ja schon... Kann ich noch trainieren? Bitte? Oh, ich kann schon alles trainieren. Geil. Bin schon Stoß. Halte die Quadrat-Taste gedrückt. Okay, dann Glänzen bringen und dann mit Binden erfassen. Und dann mit Dreieck kann ich einen Stoß anwenden. Ja, das weiß ich. Das kenne ich doch schon. Das kennen wir schon, Leute. Hä? Achso. Ich war erst bei Mana, ne? Oh. Hops. Hops. Das wollte ich eigentlich auch nicht gerade. Na, super einfach. Super einfach. Aber ich war da mit Fortgeschrittenem. Das geht ja nicht fix. Oh, ich muss erst mal saugen, ein bisschen. Ja. Aha. Ey. Kann man auch mal machen. Hey. Da hab ich die falsche Taste. So. Das wollte ich nicht. Das Spiel hat es einfach schon wieder an sich gerissen. So und nervig dass wir erst Mana braucht hierfür. Auch jetzt hör mal auf hier. So. Das ist ein bisschen nervig wie gesagt, dass die Gegend, dass man immer erst absaugen muss so ein bisschen. Dann passe ich immer am Anfang. So komm. So geht es doch ganz einfach. So. 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 Gib mal her. So. Das war's. Das ist immer ein bisschen scheiße. Wie gesagt. Ich hab den Bindenstoß erlernt. Ja komm wird. Kritisch ablenken. Oh das weiß ich nicht ganz genau. Drücke im Ablenkungslichtring die Quadrat-Taste um die Bewegung kritisch ablenken auszuführen. Aha. Also drücke die L-Taste kurz bevor ein gegnerischer Angriff dich trifft. Ja. Äh. Die Ablenkung gut beobachten um die L1-Taste zum richtigen Zeitpunkt zu drücken. Ja ja komm. Wir versuchen das mal. Wahrscheinlich schaffe ich es nicht weil ich würde ich so gut hier mit dem abwehren. den blöden Gegner die sind etwas heftig. Na komm. Ah doch. Das geht doch. Mach jetzt! Gau mal. Mach jetzt, komm Nicht einschlafen Nee, das geht auch schon wieder nicht Komm, schlag zu jetzt, mach jetzt Ja, alles klar Hä, aber ich hab gar keine Anzeige, wie oft ich das jetzt machen muss Oh, sehr geil, so geht das Alles klar, das geht Kann man machen Ja, einen schläft Oh je Au Ja, freust dich jetzt, ne Okay, also das Timing ist echt minimal klein Und schwer ist es auch noch Ich werde euch die fetten hier noch abwehren Die fetten, starken Kerle Oh Mann Die hol noch mal, ist so blöd aus Mach doch mal jetzt Na komm Ja Sehr gut Oh, die zieht schon richtig gut Lebensenergie ab Na komm Das ist schwierig, aber es geht Eiligermaßen Na Ah Mann Nein, das war wieder zu spät Das ist echt schwer Das ist echt schwer Ja, beide erwischt Natürlich ist es noch nicht vorbei Das ist gar nicht wie die Ja, die hauen so zu Na, na komm Na Ohohoho Nein, das geht nicht Boah, beide erwischt Schön Schön Oh, der ist, der ist wieder ganz schön knackig so Der mich trifft, macht es richtig damage, glaube ich Richtig damage Das ist echt schwer Nein, nein Das ist alles viel zu früh, was ich mache hier wahrscheinlich Komm Nee Oh, neuer Schlag, ja Cool Cooler Typ Cooler Typ Oh, der von unten ist so Unvorbereitet Oh Haut zu, komm Nein 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 Das geht doch nicht Ich weiß nicht, was ich da blocken soll Ja, es war zu spät Das geht auch nicht Das geht doch Das war jetzt wirklich kurz davor, du Schwein Ich glaube, ich schaffe das nicht Nee, ich glaube, ich schaffe das ja nicht Das mit dem Blocken ist echt hart Boah Jetzt hör doch mal auf Mach doch mal Ja Nein Das geht nicht, Leute Ich krieg das nicht hin Ich krieg's einfach nicht hin Ich bin zu schlecht Gerade für diese doofen Schläge von oben Nee Meine Fresse Habe ich's doch noch geschafft mit dem letzten Nee Habt keinen Bock mehr Keine Training beenden 2-1 Schrott Ich kann das nicht gut Leute, ich gucke mal, ob ich das hinkriegt mit der Grafik Ich danke euch auf jeden Fall bis hierhin fürs Zusehen Wäre schön, wenn ihr mir ein Like dalasst und wieder einschaltet Nächstes Mal zu Unimusha Teil 3 Bis dann, freue ich mich Euer Bruga Macht's gut Tschüss Fuck nicht Müller Vai Na ский